Der Landkreis OSL hat eine neue Verfügung zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest erlassen. Darin wird eine Sperrzone 1 festgelegt. Sie erstreckt sich von den Gemeinden Lindenau und Großkmälen im Westen, über Grünewald und Hohenbocka bis Sedlitz und Lieske im Osten. In diesem Sperrgürtel gelten besondere Auflagen für Jägerinnen und Jäger. Dazu zählt unter anderem eine stärkere Suche nach Fallwild. Zudem müssen Schweinehalter, wie es heißt, unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts angeben. Melden müssen sie auch verendete oder erkrankte Tiere. In Kraft tritt die neue Verordnung an diesem Donnerstag.